Herzlich Willkommen Leute, eine kleine neue Session TTT, also wahrscheinlich, wir sind wirklich am Füllen von TTT-Folgen-Lücken mit Items Juli Kunantaro, Pain und Balooey. Guten Tag. So, das ist sogar so krass, dass jetzt schon nach Weihnachten ist, obwohl wir Weihnachten noch nicht mal aufgenommen haben. Hä? Aber... Wir reden nicht mehr, Balooey, wir haben Weihnachten noch nicht aufgenommen. Wie kannst du denn Weihnachten vergessen? Hast du schon gehört, dass wir frohe Weihnachten gesagt haben? Nein, das ist nämlich schon der 28. jetzt. Oder 26. Oder der 33. Oder ist heute schon Silvester? Ne, das noch nicht, das ist ja auch special. Achso, oh, das habe ich vergessen. Silvester machen wir ja auch null. Silvester machen wir ja live, oder? Live? Aha, Silvester machen wir live. Wie jedes Jahr? Ja. Wusstest du noch nicht, Balooey? Spirit. In der Sky? Balooey war, glaube ich, noch nicht dabei, oder? Aber Balooey muss seine Pläne canceln. Ja, also null Uhr ist auf jeden Fall, die kannst du nachher noch ein paar Böller werfen, aber... Aber das weiß man doch. Ja, wer kommt hier aus? Der Kao, Pain. Da gehe ich schon wieder hoch. Man schießt die Erwartung auf irgendwelche bösen Leute. Vor allem nicht, wenn direkt hinter dir der Dede steht. Das ist noch verdächtiger, weil irgendwie hat sich damit keiner gebrüstet, oder? Wait, hat jemand meinen Kristall geschnitten? Eine dumme Geschichte. Hat jemand den Dado gesnackt? In so'n Haus ist das schwer zu sagen. Okay. Balooey lebst du noch? In dem, wo du gerade reinläufst? Ah ja, hier. Genau, hier. Äh, es ist Dado, ne? Da ist noch einer. Also... Dado, ich war doch gerade bei dir. Nein, Dado hat Balooey getötet. Ja, jetzt hier. Pain, warum snackst du meinen Kristall? Hä? Ich hab den nicht gesnackt. Wuh! Ich hab nur... Oh Gott. Äh, wir haben ja oben auf dem großen Turm drauf. Der ging auf mich, möchte ich übrigens noch betonen. Ja. Oben auf dem großen Turm. Okay. Ich weiß übrigens, der das Fenster eingeschossen hat. Aber nur, weil ich da reingucken wollte. Ha, du Block! Scheiße! Ist gerade runtergefallen? Dado ist auf jeden Fall hier oben gewesen, ja. Ähm. Ich hab Blaulis Leiche konfirmen können. Aber Dado weiß halt, wo ich bin. Blaului! Hallo! Jetzt ist Items tot. Das ist korrekt! Richtig! No! Ja! Gute Idee! Ich kann hier runter springen, ja! Was halten ihr alle, ey? Gutes! Wer fliegt da rum? Was da, Lu? Ich wüsste. Wo? Juli, sag was! Okay, jetzt stand zu wahrscheinlich nix mehr sagen. Lalo ist down. Hey, 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 hey! Herf wieder zurück! Keine Lügen jetzt, ey! Juli würde doch nie lügen. Das ist aber, ja! Oh, Kunigunde! Wo bist du? Oh, lol! Ich bin bei einem Zuhause! Ich dachte, bei Erli. Wo bist du denn? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Da bist du! Oh Gott! Oh Gott! Das funktioniert ja nicht! Ich habe mich auch betroffen! Ah, ich habe mich auch betroffen! Da versucht er mal, mal einen Downy-Move zu ziehen und dann wird man dafür ausgelacht! Ja, ja! Ich habe das Messer in der Luft nachgeworfen nach dir! Ja, ich habe mir das schon gedacht, weil du wusstest natürlich, dass du sterben würdest! Ich wollte auch als Hunter ein... Ich dachte so, okay, du spawnst doch kein Problem! X! Aber ich war in der Luft und habe X gedrückt, scheiße, cool, hinter uns! Dann bringt das nichts! Und dann habe ich einfach runtergesprungen! So, du warst in Items Zimmer! Entschuldigung, Items, ja! Ich weiß, ich sollte das nichts sagen! Soll es nicht bei meinem Vermieter entschuldigen? Man war ja... Du hast gesagt, wir sollen da nicht drüber reden! Deswegen... Ich war bei ihm schon, aber es sieht wirklich so aus! Du, ich habe einen Shotgun! Ich sehe dich an! Der wird gepokert oder so! Tasse! Alter, du hast mich ziemlich weh getut! Buh! Du hast mir meine Waffe geklaut! Hey! Es gibt Juli die Waffe zurück! Hat Juli Penguins? Oder eine? Nein! Au! Nee, Leute, ins Bein schießen klingt jetzt auch nicht so nett! Das ist verdächtig! Ja! Er bestätigt es sogar! Ja, natürlich ist es verdächtig aus Sicht dadurch! Achso, aus deiner nicht! Aus meiner natürlich auch! Heiko dran! Hallo! Aber du hast vollkommen recht damit! Das ist verdächtig! Mächtig verdächtig! Oh, Moment! Warum hast du so wenig Leben, Alter? Oh, Shit! Oh, ja, okay! Juli, ich weiß, was du nicht verwirrt hast, war das ganze Blut! Guck mal, Alter, du musst glaube ich... Ich glaube, ich bin relativ... Das war ein bisschen... Das war ein bisschen too much hier! Das war ein bisschen too much hier! Was denn? Äh... Hier! Und Dalu hat Juli gekillt? Ja, hier in dem Haus ist alles Feuer! Oh, Dalu, Dalu, Dalu! Ach, ich bin possessiv! Ja, komm her! Zu mir! Zu mir in das Haus! Lass den Juli doch mit dem Spaß! Hier ist das Ding! Hier, wo ich bin! Ich weiß noch nicht, wo du bist! Ich bin nicht vor mir stehen! Eins der Eckhäuser ist es! Vor mir stehen! Eins der Eckhäuser ist es! Ist es vorne im Raum! Dalu, Dalu! Andere Ecke! Dalu, Andere Ecke! Nein, nicht da, wo ich runtergefallen bin! Andere Ecke! Genau die andere Ecke! Ich bin blind! Aber es geht gerade! Juli, lass dich überwachen! Ah, ich weiß noch! Ja, wo Juli auch gestorben ist! Genau, komm! Hätt da! Das ist ja blöd! Tau, 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 Tau ist im Weg! Ja, warum kannst du das nicht auslösen? Weil ich nicht auslösen kann! Ich bin jetzt in einem anderen Eckhaus! Kann nicht einer auf die Straße kommen, wenn wir das sagen? Wo? Wirst du gerade angesnipet? Das ist einfach da, wo Juli gestorben ist! Ich werde jetzt auch noch mit Dingens angeschossen! Nee, ich hab ne Schock! Du bist eine Heususe! Mit Dingens und Bummen! Ich bin dann noch nicht sicher! Irgendwie! Ja, komm! Okay, da hoch, da hoch, da hoch! Ich kann nicht! Jetzt lauf doch! Hier hoch und dann hier in dem Gang! Da ist es! Ja, da bist du drüber! Oh, danke, Adams! Bitte! Hast du gerade... Ich hab direkt auf mich geschossen im nächsten Moment! Ich hab die letzte Kugel geschossen, aber nicht auf Items! Aber Lulu und Tau Tau sitzen in nem Raum, gucken ganz blöd und das Sofa auch! Tschüss! Was bleibt hier? Das hier ist ein Kugel! Ja, dann kann doch einer überbleiben, oder? Das nächste Mal raus! Für mich gibt's noch drei! Hä? Wot the fuck? Ich werd' Pain nehmen! Ich werd' beschossen! Ja, die ist geschlossen! Pentot! pantot! Pentot, peentot!! Au! 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 Au!... Shit! Das war nichts da, Lu! Also jetzt bist du aber in der Gang! Was hältst du davon? Wir beide jetzt! Meinen! Ich dachte, du hättestbrit rápido fast in die Gang geschossen! Ja, aber ist doch gut, dass du ein Inno gekillt hast. Jetzt ist das nicht mehr so schlimm. Ja, jetzt fühlt sich das auch gleich besser. Conan ist oben auf dem Dach und hat richtig... Gut, kümmere mich drum. Jawoll, guck ihn dir an. Ich hab genau den richtigen gesehen. Ich seh nix! Jawoll! Oh, die Legende. Du warst ja in einem Schaum getötet, wenn ich jetzt anderen zurückkommen bin. Sorry, Tau, ich hab dich. So die Letzte. Kasse, tut mir leid. Ein Eisknife. Einfach nur uff. Judy, was war denn da in dem Haus? Warum lag da so viel Blut? Bei deinem Items und ich hatten uns sehr gern. Ja, ja. Wir haben uns gedacht, wir haben heute eine Piste und sie wollte meine Hauptwaffe und haben uns gegenseitig damit kaputt geschossen. Kunde, mach trotzdem, Maxi, wir machen zwei Runden und dann kommen die Specials. Wir würden warten. Alles klar. Was? Die Frau kommt doch nicht zum Herd, ey. Wie gesagt, jetzt erst bei 50 von 800, also... Wann für eine Frau ist das für ein Herd? Ja, 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 ja. Jude, ja, 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 ja. Kass, Schein. Wohin ich, du was, ihr Hater? Achso, bei Luki, Mattzow, ja. Ich bin es ja nicht im Ars. Nee, eine Session. Ich bin es ja nicht im Ars. Ohne Dalu. Alter, ich weiß, was ich für Patronen geladen habe. Ich hasse es, wenn die Waffen... super schrieb es war nicht items oder es fliegt noch zwischen den gangen gucken wo es sein könnte ich denke dass ich denke dass das hier bei mir drin das kommt ja auch gerade wenn es war nicht kundra das war nicht items und das war nicht ich richtig das ist egal deswegen ich muss helfen keiner gekillt das ist indikator für pain ja genau war schon mal der komische ja ich bin ich habe eine sniper im narkam und 50 ap also das ist dahlo wenn es nicht ich kann es nicht sein leute dann ist es nicht also da du kann immer noch irgendwas böses sind richtig irgendeiner von uns ist ein hier anzutun ja ja da hast du alles gut ja du ist auf jeden fall und das böse nein taute hat er so geguckt na genau und danach können wir gerne noch über mein ableben reden aber ich bin ich bin zu ich bin der meinung der t ist tot also ich glaube taute ist team ich kann noch hingehen also wo ist ein schien link hier hier ist es ja nicht so dass er julie zum zeit auf hatte können nur noch ein ja das ist schon dort es ist einem schon tot du die müsste den sorgen deswegen warum schießt der dita auf mich die hat items gekillt ja wo seid ihr denn draußen also seid ihr drin nein also ich bin draußen jetzt vergessen dass auch links rechts invertiert wird an jemanden deal anbieten wer möchte ich habe einen guten die ja nee das macht aber den anderen zum nachteil ich will wissen du jetzt ja hier draußen ich schieße ich habe das rätsel gelöst ich bin ja wirklich knapp ich bin ja die dachkante herankommen ich höre dieses geräusch die heißt immer diese komische frau da die singt immer helene fischer meint so jochen was ich habe ein fenster und eingeschossen bist du kauf ein ich bin ich bin blind latte hier wird ich glaube immer noch übrigens das items lügt was ich bin ich bin ja ich bin an der hand ja ja ich bin es dabei will ich weiß es mir alles du weißt wo mein kristall ich bin ein bisschen kaputt machen oder leider nicht wo steht ein kristall ich sehe dich da nur 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 durch explodiert explodiert noch da nur lebst du noch da nur ist böse nein doch habe ich doch etwas gutes getan deswegen ist er nicht böse ok ja was war es nur weil ich wahre worte sprechen er hat nur in uns getötet er hat nur katze getötet das doch egal ist nur kaputt warum schießt auf mich er hat da nur konfirmt ja da geschlafen in dem moment ach du hast dann wie soll ich denn so jemanden treffen wenn ich muss mich heilen ich bin nein holi schilder du wirst du dabei oder der flash passiert ist ok auch können die chaos anmachen wenn ich mein high speed an mal geht ja gar nicht das kann ich weniger ich bin hinter dir das weg hüpft dass mich halt alleine natürlich du bist doch mal mein opfer jaha ich lock ihn raus was ab ich kann noch mal singen vielleicht hilft das freunde ich bin ja ich bin allerdings während du den satz sagt kann über die ganze map laufen seine beide böse wartet wie denn er ist ja warum solltest du mich dann töten wo sind die experten ich habe menge ich treffe doch so nix mit egal und ich muss nachladen das kann ich weil die gar nicht erst am boden lag weil die direkt hochgegangen ist also er hat kundern die vor mir hingekommen ja er hat eine hand ist einfach vom haus gestürzt ich finde es schon wieder was passiert ja ich war vor allem war ja noch swift dazu warum warum bin ich schon wieder was los ich konnte echt über die ganze map rennt ich bin in einem haus deswegen kann man einmal sogar von mir weg ja ne fiese geschichte da ist schon bitter wenn ich second chance habe mister da lo traiter ich habe aber doch noch gar nichts gemacht doch du hast mich erschossen habe ich nicht hätte da du er ist traiter ja richtig richtig hallo okay ja da jetzt kann ich strafe möge der möge der zorn der gött ja und fähig also wenn er wirklich händler ist weil das sein sollte ja ich bin ich bin ich bin ich muss mir die sorgen hier seid alle scheiße weil sie sterben lassen ja ich habe da nur gebastelt nicht das kundern ich habe ihn gesnackt leute damit schon mal konfirmt dass ich jetzt nicht bin ich habe ihn gesnackt ich habe ihn gesnackt ich habe gesehen dass du savers er hat easy einen header bekommen oh oh das war jetzt nimm das ok ich opfer mich ok ach du ne geht hoch kommt wieder keine ahnung ja alles oh mein gaw ha 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 er snag ist zu schnell was wird das an ich habe den doorbuster noch gesehen du drück auf die kühle ich hatte einen einzigen credit ich dachte so ich hab ne sniper ich hab nen doorbuster ich geh da jetzt hoch und rock das ding Dalu ist eindeutig überführt ich komm bis zur türe nach oben denkst du wenn jetzt einer oben ist machst du ihn weg ich mach die Tür auf betont er hat die Tür aufgemacht er hat die Tür aufgemacht er hat die Tür aufgemacht er hat den reichen geknicht er hat wieder hier nein alle aufs pennen ihr habt die Runde doch fast gerockt komm also ich hab ihn zum bringen Aua also Leute das war kein Fenster ich wollte ich hab nen Fernseher kaputt gemacht und aufgericht aber das ist dann runtergefallen einfach so der neue Fernseher von Weihnachten du hast ne neue Warnung ja jetzt beim Weihnachten mal ne neue Geschenke oder so diese Dunkelheit scheiße ich bin zuhause ähm ich geh mal kurz kurz nach meiner Milch schauen bis mein Hunter wieder verfickbar ist ey 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 Blauli du musst aufpassen wenn ich das nach deiner Milch oh Karl wird nochmal was sind das jetzt hier Chaos ist ja mal ganz schön nervig wenn man in der Luft unterwegs ist ja und ich bin in irgendeinem Loch jetzt festgehalten wo bist du Jolie ne du bist in der Tür Entschuldigung oh ne Fake Leiche Blauli kann die von dir was nein bist du sicher hundertprozentig aber einhundertprozentig oder zweihundertprozentig dass ich keine Fake Leiche setze ich bin tausendprozent ja ja war doch leider nicht jeder da jetzt kann ich da raus du wirst mir doch nix tun nö du wirst du wirklich grüßt das Murmeltier oh 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 ja wirklich klar jetzt zieh schon wieder auf meinem Dach was machen die beiden denn was passiert jetzt Jolie irgendwo jetzt ich geh da vorne ich weiß genau was passiert ist was ist passiert Kunran meine Punkte Dalu hat Items erschossen, Items war Dete, genau, und hat ihn dann übernommen und ist mit ihm vom Dach gesprungen. Oh, lol. Deswegen hat der Items gesagt, runter mit dir. Hat er sich verdient, Items, also die Rache. Ach, nee, ist gar kein Chaos. Wer ist denn da jetzt noch übrig? Das kann ich bestätigen. Also, Pain oder Dauda, ich weiß es nicht. Wir haben uns dolieren. Ist das ein Call? Nein, es ist der Tote. Tote Dete, weiß es. Das glaube ich nicht, dass Items ist. Er wurde an irgendeinem Fenster erschossen. Äh, wer? Items, oh, hallo. Hallo. Hä? Und anscheinend es nicht zu sein. Ich bin sogar safe. Okay, gut. Ja, stimmt, du hast es beobachtet, stimmt. Ja, das und, äh, was bist du denn? Spiderman Gun. Habt ihr gerade euch gegenseitig? Ja, die kann man nämlich als Traitor nicht kaufen. Ah, stimmt. Tau, daau ist es. Was denn? Also, Kuntran ist einmal. Ah! 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 Äh, ist es Tautau? Walui, lebst du noch? Nee, Walui, den alten Tee. Das heißt... Da haben wir noch einen... Was? Ja, da muss, äh, Pain. Lass mich überlegen, die kann dann trotzdem noch Tautau sein. Nein, lass mich überlegen. Kuntran... Hey, er hat, er war der Aggressor, okay? Ja, ich weiß es nicht, Walui hat relativ früh geschrieben. Alles Gucci. Äh, also Kuntran ist auf jeden Fall survivalist, also kann er es nicht sein. Ich sehe gerade Juli hinter Tautau, das heißt, wenn Juli jetzt Tautau tötet, haben wir sie. Nee, 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 warum sollte ich ihm was tun? Weil ich... Eben. Ich hab mir vorhin auch nichts getan. Wir haben den Pakt, dass wir uns gegenseitig in Ruhe lassen, also... Ja. Ah, ja. Ah, ja. Okay. Das war klar. So ein Pakt. Das haben wir am Anfang der Runde gesagt. Wenn du dazugehörst, dann könnten wir nix zu viel. Gell. Moment, seid ihr Bodyguard oder sowas? Ja. Oder Pirat? Wer von euch hat denn den Vertrag? Ah, nee, der... Juli. Juli hat den Vertrag, das heißt, Tautau ist der Pirate. Der ist doch ganz easy. Hey, wir haben nicht mal einen Pirate mehr in der Version, dui. Ich weiß es nicht. Hä, was ist denn das dann für ein Pakt? Wir müssen in der Mitte der Map treffen oder so? Wir müssen in der Mitte der Map treffen oder so? Wir müssen in der Mitte der Map treffen oder so? Wir müssen in der Mitte der Map treffen oder so? Ja, es ist das Schuss. Es ist einfach RP, du... Räuber. Lass doch mal in der Mitte der Map treffen, Leute. Hey, wer schnippert! Ja, dann ist die Sache jetzt easy geregelt, oder? Weiß ich nicht. Okay, Juli komm! Juli mach keine... Mach keine Tomaten! Schnell mich! Nimm mich schnell! Komm, mach keine Tomaten! Nimm mich schnell! Was? Hey, wer ist das denn? Mach keine Tomaten! Jetzt nehm ich Juli! Den Kunde ran! Mach keine Tomaten! Du hast ne Sidekick-Degel! Jetzt nehm ich Sidekick-Degel! Und da ist es gut! Mach treffen! Nein! Vielleicht eine der schönsten Runden des Jahres! Leute, wenn es euch gefallen hat, dass ihr gerne Like geschaut habt, dann macht es gut schau! Ja, die Folge! Che springen! Möv Gramm Nee! Dann gibts ins